Borussia Dortmund schlägt Schalke in einem umkämpften Revierderby mit 1 zu 0. Damit holt sich der BVB den vierten Derbysieg in Folge und hält zum fünften Mal in Folge die 0. Und als Kirsche gibt es für Dortmund obendrauf, zumindest mal über Nacht, die Tabellenführung in der Bundesliga. Union Berlin könnte morgen noch vorbeiziehen. Schöner Nebeneffekt am Rande, parallel hat Augsburg die Bayern mit 1 zu 0 geschlagen. Auch das wird man in Dortmund gerne hören, dazu nachher in einem anderen Video dann mehr. Zum Spielverlauf kann man sagen, dass es die Schalker dem BVB über fast 80 Minuten unfassbar schwer gemacht haben. Sie haben wenig zugelassen, hatten immer einen Fuß, Kopf oder Körper dazwischen. Modest war eigentlich zu 100% abgemeldet. Und ab der 75. Minute hatte ich echt das Gefühl, dass dieses Derby mit einem 0 zu 0 enden könnte. Aber dann kam Yusufa Moukoko, der dann direkt auch mal nach seiner Einwechslung die dickste Chance des Spiels hatte. Und in der 79. Minute konnte er dann mit seinem Treffer Schalke einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Flanke von Wolf, Kopfballtor. Da hat der 17-Jährige dem 34-Jährigen Modest gezeigt, wie es gehen kann. Und meiner Meinung nach hat der BVB die Partie auch absolut verdient gewonnen. Denn ganz ehrlich, für einen oder mehr Punkte kam von Schalke nach vorne einfach viel zu wenig. Nach dem 1 zu 0 hat man dann zwar das Visier etwas geöffnet, aber das war erstens zu spät. Und zweitens fehlt den Schalkern dann gegen eine Mannschaft wie Borussia Dortmund auch aktuell etwas die Qualität. Trotzdem hat Schalke den Möglichkeiten entsprechend ein gutes Spiel gemacht und eine gute Leistung gezeigt. Mit ein bisschen mehr Glück wäre vielleicht tatsächlich ein 0 zu 0 drin gewesen. Und das wäre definitiv ein dicker Achtungserfolg gewesen. Besonders gefallen hat mir heute übrigens Thomas Meunier. Er wurde in letzter Zeit viel kritisiert, auch von mir. Hat auch oft nicht den besten Eindruck hinterlassen, aber heute war er stark in der Defensive und sehr aktiv im Angriff. Technisch waren auch ein paar gute Aktionen dabei. So kann es für ihn gerne weitergehen. Aber neben all den guten Ergebnissen heute für Borussia Dortmund, Tabellenführung, 1 zu 0 Sieg im Revierderby, gibt es leider auch eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Kapitän Marco Reus musste in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz getragen werden. Eine genaue Diagnose steht zwar Stand jetzt noch aus, aber leider sah das echt nicht gut aus. Erste Medien befürchten bereits ein WM aus für den 33-jährigen Nationalspieler, der sich in den letzten Wochen in absoluter Topform befand. Wünschen wir ihnen an der Stelle gute Besserung und hoffen, dass er mit einem blauen Auge davonkommt. Ansonsten kann man festhalten, das war heute kein Derby für Fußball-Gourmets, aber eins, in dem beide Mannschaften bemüht waren, das Beste daraus zu machen, mit dem besseren Ende für den BVB. An der Stelle schreibt mir gerne mal eure Meinung und euer Fazit zum Spiel in die Kommentare. Ansonsten Freunde, macht's besser und bleibt am Ball.